Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar will ich mal kurz um den Sommerloch hier in meinem Kanal zu reden und zwar wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich und wahrscheinlich den ganzen Monat kaum bis gar keine, also ihr habt ja schon in den letzten Tagen gesehen, dass da kaum was kam außer Star Wars The Open Public oder aber es wird halt, es wird halt nicht irgendwie zwei Videos oder drei Videos pro Tag kommen, sondern wahrscheinlich tue ich ein paar Tage aufhören, dann wieder ein Video, ein paar Tage aufhören, also ihr müsst, also ich kann euch nicht versprechen, wann ein Video kommt, weil die Hitze mich komplett fertig macht, ich liege hier auch gerade halbnackt, sogar fast nackt hier rum, aber ich glaube, das wollt ihr eh nicht wissen. Es macht einfach fertig und heute ist sogar der schwitzigste Tag, heute ist glaube ich 36 Grad bei uns, ich bin froh, dass wir eine Klimaanlage haben, aber ich kann halt in dieser Temperatur kaum aufnehmen. Deswegen, hier nur als kurze Info und wir werden, ich werde wahrscheinlich mehr Videos nach dem Sommerloch machen und wenn es halt so schlimm wird, dann werde ich wahrscheinlich auch eine Sommerpause machen, aber das würde ich ja auch dann sagen. Gut, nur als kleines Infovideo, das wird wahrscheinlich auch wieder wegkommen. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.